Hallo liebe Zuschauer, in diesem Video geht es um die besten Apps zur Videobearbeitung für iOS und Android. Ich bin Fabian und wenn ihr auch in Zukunft jede Menge nützliche und praktische Tipps bekommen wollt, dann vergesst bitte nicht diesen Kanal hier zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und jetzt geht es auch schon los mit den Empfehlungen. Es gibt ja einen ganzen Haufen Videobearbeitungs-Apps für iOS und Android. Quick, Kinemaster, iMovie, Adobe Premiere Clips, Cyberlink, PowerDirector, FilmoraGo, Videoshop und, und, und. Doch welche taugen wirklich was? Also zunächst einmal zu meinem Hintergrund. Ich bin seit vielen Jahren iPhone-Nutzer und nutze mein Handy nicht nur für E-Mails, Surfen und Messaging, sondern eben auch zur Bildbearbeitung und Videobearbeitung. Und das nicht nur privat, sondern eben auch für richtige YouTube-Videos. Zum Beispiel ist dieses Video hier komplett auf dem iPhone gefilmt und bearbeitet worden. Aber ich kenne mich nicht nur bei den Apps für iPhone und iPad aus, sondern eben auch für Android. Erst kürzlich hatte ich für mehrere Monate ein Samsung Galaxy Note 8 in Nutzung, musste dann aber feststellen, dass die Apps zur Video- und Bildbearbeitung für Android qualitativ nicht an die Apps für iOS herankommen. Nur als kleines Beispiel. Ich habe keine Android-App gefunden, welche mit dem Note 8 erstellte Zeitlupen-Videos ohne Konvertierung direkt einbinden konnte. Generell habe ich wirklich viele Apps ausprobiert und auch bei vielen Apps aufgegeben, weil mich die Benutzeroberfläche abgeschreckt hat, ich die einfach nicht einfach zu bedienen fand oder weil diese bestimmte Funktionen nicht unterstützten oder man einfach ewig für die einfachsten Dinge brauchte. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich die vielfach für Android gelobten Apps von Cyberlink nicht mit in dieses Video hier aufgenommen habe. Also wundert euch bitte nicht, wenn hier einige berühmte Apps nicht auftauchen, denn die Apps hier in diesem Video sind meine persönlichen Favoriten und Empfehlungen aufgrund meiner Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und jetzt geht es auch los. Auf Platz Nummer 4 kommt bei mir CuteCut, welches kostenlos für iOS und Android verfügbar ist. Für 6,99 Euro kann man CuteCut upgraden und eine Version ohne Wasserzeichen und mit unbegrenzter Videolänge freischalten. CuteCut ist ein erstaunlich vielfältiges Videobearbeitungsprogramm mit mehreren Spuren, das mir auf Android mit Abstand am besten gefiel in Sachen Bedienung. Ihr könnt CuteCut im Hochformat nutzen sowie im Querformat. Außerdem unterstützt die App verschiedene Videoformate wie Quadratisch, 4 zu 3 und 16 zu 9. Die Bild-in-Bild-Funktion wird ebenfalls unterstützt und das Besondere an CuteCut sind wohl die vielfältigen Möglichkeiten, mithilfe von Pinseln einfach auf das Video zu malen bzw. zu zeichnen. Warum es den Sprung trotzdem nicht auf Platz 3 geschafft hat? Es kann kein 4K. Ich weiß, 4K-Videobearbeitung ist für viele noch nicht aktuell. Für mich aber schon. Und außerdem finde ich, dass im Jahr 2018 jede Videobearbeitungs-App 4K zumindest unterstützen sollte. CuteCut wird aber regelmäßig mit Updates versorgt, sodass man hier mit weiteren Verbesserungen rechnen kann. Platz Nummer 3. Kinemaster. Kinemaster ist kostenlos für iOS und Android verfügbar und allein von den Features ein echtes Brett. Mehrere Ebenen, Bild-in-Bild, eine Zeichenmöglichkeit aufs Video, Chroma-Key, zahlreiche Übergänge, Sticker und 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 und. Kinemaster bietet richtig viel. Die Bedienung ist zwar recht einfach, aber nicht so einfach wie bei den anderen hier vorgestellten Apps. Außerdem kann man die App lediglich im Querformat nutzen, was ich gerade bei Smartphones nicht immer als sehr komfortabel empfinde. Die Unterstützung von 4K hieft Kinemaster auf Platz 3. Dadurch wird Kinemaster im Vergleich zu CuteCut zum kompletteren Videobearbeitungstool. Ein Nachteil von Kinemaster ist, dass die App zwar für private Zwecke kostenlos ist, möchte man die Ergebnisse aber kommerziell nutzen, muss man ein monatliches Abo für 5,49 Euro abschließen. Mit diesem Abo entfällt außerdem das Wasserzeichen und man erhält zusätzliches Material aus dem Kinemaster Shop, welches man für seine Videos verwenden kann. Platz 2. iMovie Platz Nummer 2 geht für mich ohne Zweifel an iMovie für iOS, welches kostenlos für iPhone und iPad verfügbar ist. Ja, es ist nicht ganz so umfangreich wie auf dem Mac und es unterstützt auch kein Greenscreen. Dafür bietet iMovie mehrere Ebenen, eine Bild-in-Bild-Funktion, automatische Übergänge und tolle animierte Titel. In Sachen Bedienung macht iMovie zudem niemandem etwas vor. Mit simplen Touchgesten und durch einfaches Ziehen und Drag & Drop werden auch größere Projekte zum Kinderspiel. Fotos werden automatisch mit einer Ken Burns Animation versehen und Zeitlupen-Videos automatisch verlangsamt eingebunden. Man kann iMovie zudem im Hoch- wie auch im Querformat benutzen und es bietet 4K-Unterstützung. Dazu top ist die App für iPhone und iPad optimiert. Toll ist auch, dass ihr Projekte auf dem iPhone oder dem iPad beginnen und dann einfach auf dem Mac in iMovie oder Final Cut Pro fortführen könnt. Aber einen großen Kritikpunkt möchte ich trotzdem an Apple weiterreichen. iMovie für iOS wird von Apple total stiefmütterlich behandelt. Mal abgesehen von kleineren Wartungs-Updates hat sich bei iMovie seit Jahren nichts Wirkliches mehr getan. Umso peinlicher ist es eigentlich für alle anderen Hersteller, dass iMovie auch heute noch eine App ist, an der sich alle anderen Videobearbeitungsprogramme für Smartphones und Tablets messen lassen müssen. Also bitte Apple, gebt mal ein bisschen Gas und lasst diese tolle Software nicht verkommen. Auch nach einem halben Jahr gibt es beispielsweise immer noch keine Anpassung von iMovie für das iPhone X. Dafür, dass es hier um eine offizielle Apple-App handelt, finde ich das doch etwas peinlich. Platz Nummer 1, LumaFusion. Platz 1 geht für mich unangefochten an LumaFusion für iOS. Die App stammt von den Entwicklern des bereits hervorragenden Pineapple Studios für iOS. LumaFusion ist sozusagen der Nachfolger von Pineapple Studios und macht richtig Spaß. Die App ist mit über 20 Euro nicht billig, dafür bekommt ihr hier die mit Abstand beste Videobearbeitungs-App für mobile Plattformen. Ja, LumaFusion benötigt etwas Eingewöhnungszeit, damit man sie an die Bedienung gewöhnt und weiß, wie alles funktioniert. Es empfiehlt sich zudem, die diversen Tutorial-Videos von den Entwicklern selbst anzuschauen. Dafür erhaltet ihr mit LumaFusion aber drei Videospuren und drei Audiospuren, sowie eine magnetische Timeline wie bei iMovie und Final Cut Pro. Millisekunden genaues Schneiden ist ohne Probleme möglich. Außerdem erwarten euch jede Menge Filter, Audio-Effekte, Audio-Ducking, Keyframes, Loot-Unterstützung, eine kleine Bibliothek an Copyright-freien Songs und natürlich Chroma-Key-Unterstützung. Natürlich unterstützt LumaFusion verschiedene Frameraten, Zeitlupen-Videos sowie Zeitraffer. Dieses Video hier ist ebenfalls mit LumaFusion erstellt worden. Hinzu kommt, dass die App ein tolles Forum bietet und die Entwickler einen guten Support. Zudem haben die Entwickler noch viel mit der App vor. Unter anderem ist ein Austausch von Projekten zwischen LumaFusion und Final Cut Pro für den Mac geplant. Deswegen landet LumaFusion bei mir mit Abstand auf Platz 1. Die Videobearbeitung macht man ohnehin nur auf einem richtigen Rechner. Klar, für die ganz großen Aufgaben mag das auch noch stimmen. Aber dennoch hat sich die mobile Videobearbeitung konsequent weiterentwickelt und man kann mittlerweile auch auf dem Smartphone oder dem Tablet richtig tolle Ergebnisse zaubern. Insbesondere wer sich keinen teuren Rechner leisten kann, unterwegs was bearbeiten möchte oder einfach abends im Bett, findet mit den hier vorgestellten Programmen richtig gute Möglichkeiten dazu. iOS-Nutzer allerdings deutlich bessere als Android-Nutzer. Und LumaFusion möchte ich hier wirklich nochmal besonders hervorheben, da es wirklich eine ganz, ganz hervorragende App ist. Die Links zu allen Apps packe ich euch unten in die Beschreibung. In kommenden Videos werde ich zudem die Bedienung von iMovie und LumaFusion genauer vorstellen. Außerdem plane ich ein weiteres Empfehlungsvideo mit Apps zur Bildbearbeitung. Wenn ihr diese Videos nicht verpassen wollt, vergesst bitte nicht diesen Kanal hier zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und bitte schreibt doch auch mal in die Kommentare, wie ihr eure Videos bearbeitet und welche Programme oder Apps ihr dafür nutzt. Das war es von mir, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fabian. Vielen Dank.